Denke drüber nach, denke nach ob das eine Gerechtigkeit ist, die du dir wünschst, eine Gerechtigkeit wie sie sein sollte. Die Polizei und das Gesetz wird nach Belieben benutzt und gelenkt, von denen die nach Ehren ermessen und Belieben bestimmen die Welt. Nicht zu Gerechtigkeitszwecken, sondern des Geldes wegen, gelenkt von denen die über den Gesetz und den Volk gestehen. Die sich das Ganze zu Recht manipulieren, den Volke erzählen sie etwas vom gleichen Recht, doch selbst stellen sie sich über das Gesetz. Durch das Sondergesetz ermöglichen sie sich Sonderrecht, das sie schützt, schützt vor Strafe ihrer Vergehen, die sie am Volke begehen. Volksverrat, Nötigung, Mord, Verfassungswidrigkeiten, die sie an der Menschheit bereiten. Alle die dieses unterstützen, vergessen, dass ihre Kinder in dieser Welt bleiben und in dieser Ungerechtigkeit leben werden. Sie sind selbst die, die verhelfen, diese Ungerechtigkeit zu ebnen. deep und damit verhelfen Sie sich schon. Vielen Dank. duda